Der Herr gibt ihr die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchtet ihr. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut, Clara. Mach's gut. Tschüss. So, Klischee hin oder her, ich bestell mir jetzt sauro Gurken. Entschuldigung. Ach du Scheiß. Opa! Scheiße. Na toll, das ist mir die Frucht. Na, sie platzt, das ist ja peinlich. Das ist nicht peinlich, das ist eine Geburt. Du bist tot und empfängst, nicht als Bedrängnis. Da, du frisst doch, du Doofe. Ne? Vom Ei ist er befreit. Das ist unser Wollanese. So, Quatschi. Quatschi, Quatschi. Ach, da ist er ja. Wie hieß denn das? Wer röstet? Weißt du, wer röstet, der röstet. Nein, wer ... Das hast du aber fein gemacht. Jetzt gehen wir aber ganz schnell runter. Das heißt doch anders, wer rastet, der röstet. Nein, wer röstet, der rastet ... Wer rastet, der röstet. In der Hülle, in der Hülle. Und gleich wieder dahin. Ja. Ja. Wie hieß denn das? Kannst du zu meiner Hochzeit kommen? Komm drauf an, wen du dir einfängst. War ja sau teuer, die Kneipe eben. Ich bin nicht mal blau. Wo treiben sie seine Eltern rum? Markus sagt, die überwintern auf den Seychellen und lass ihn schön grüßen. Oh Gott. 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 Ich bin richtig aufgefangen. Du. 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 Mein spätes Mädchen. Ja, ja. Trug ne mehr blaue Hose. Ah, sie hat sich schrecklich ... So. So ungefähr. Danke.